Mein Name ist Thomas Götzinger, ich bin Gründer des Unternehmernetzwerkes M-Point. M-Point, das Netzwerk für inhabergeführte Unternehmen in der Größenordnung 0 bis 9 Mitarbeiter. Und das, was wir ganz besonders machen, ist unternehmerische Entwicklung. Ganz klar, wir befassen uns tatsächlich mit dem Thema effektive Unternehmensentwicklung. Das heißt, unsere Mitglieder bekommen eine Art Coaching bei uns. Wir treffen uns einmal in der Woche. Man kann sich das so vorstellen, um in einem Bild zu sprechen. Unsere Mitglieder bekommen ein kleines Boot. Dieses Boot ist die Gruppe, in der sie sich wöchentlich treffen können. Aber nur in diesem Boot im Heimathafen zu sitzen in der Gruppe ist zu wenig. Wir motivieren unsere Mitglieder auch noch hinaus, aufs weite Meer des Netzwerkes zu segeln, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017